Das ist für mich eigentlich so die Erfüllung schlechthin, dass ich an einem Serienfahrzeug die Möglichkeit habe, nochmal on top was drauf zu setzen. Ich brauche nur raus mit meinem eigenen Fahrzeug unterwegs zu sein und höre schon, wie ein Fahrzeug an mir vorbeifährt oder ich vielleicht auch umgekehrt. Und diesen Sound, den hört man einfach. Unsere Aufgabe ist es, für unsere Kunden bereits schöne Autos, die wir haben, tolle Autos, noch etwas sportlicher, noch näher an den Rennsport heranzubringen. Wir warten, bis das Serienprodukt so weit fertig ist im Design, bis das Design steht. Und dann beginnen wir mit der Skizzenphase. Das heißt, wir nehmen die Basis und legen über die Basis unseres Skizzen und versuchen dann, dadurch eben das Fahrzeug immer mehr in Richtung Motorsport, Individualität rauszubringen. Es sind Tuning-Kids made by BMW. Also wirklich perfekte Teile, die perfekt passen am Fahrzeug, die abgestimmt sind, die eben aerodynamisch perfekt ausgereizt sind. Worauf wir großen Wert legen, ist, dass wir kein Blendwerk machen, sondern wenn wir Carbon einsetzen, dass es eben echt Carbon ist. Hat den Vorteil, es sind extrem leichte Teile und eben auch funktionale Teile und haben natürlich optisch für den Kunden den deutlichen Mehrwert. Wir generieren aus der Serie die CAD-Daten. Das heißt, der Serienschalldämpfer wird als Vorlage verwendet. Wir fangen an, den Innenaufbau so darzustellen, dass wir einen sportlichen Sound bekommen. Sobald die Daten generiert sind, wird der erste Prototyp aufgebaut. Wir machen eine Klangprobe, eine Hörprobe. Wir werden es im Fahrzeug bewerten, dann auch außerhalb vom Fahrzeug. Das heißt, Vorbeifahrt, Beschleunigung und so weiter. Und wenn das perfekt ist, dann können wir das Produkt tatsächlich dann auch in Serie bringen. Unser Ziel ist es, dass der Kunde mit dem M-Performance-Sportschalldämpfer die absolute Sportlichkeit auf die Straße bringt. Der Kunde soll einfach durch den Tunnel fahren können und wirklich den Sound spüren. Wir prüfen ab unter anderem Klimawechseltests. Wir machen Wasserdurchfahrten. Wir machen Hochgeschwindigkeitsabsicherungen. Wir haben Tests im Windkanal. Hier ganz speziell durch die Ausgewogenheit des Fahrzeugs. Was der Kunde bei einem BMW definitiv will, ist natürlich die Freude am Fahren, ist das sportliche Auftreten, das Handling des Fahrzeugs. Diesbezüglich kann er das von uns erwarten und das bekommt er auch geliefert. Der Kunde hat Spaß, wenn er sich mit seinem Fahrzeug bewegt. Er findet es immer sofort auf dem Parkplatz und jeder guckt hin, wenn er einsteigt. Das können wir versprechen.